So, willkommen zurück zu Mass Effect. Guckt, was hat die Aufnahme, das ist. Gut, äh, hier lang. Jetzt haben wir angefangen hier den Tunnel sauber zu machen. Sollten wir ja. Da müssen wir hin. Gehen wir mal los. Äh, das ist ja unsere Aufgabe. Rechts. So, ich hab natürlich auch das gemacht, was ich gesagt habe, was ich machen werde. Das heißt, ich seh jetzt wieder alles. Ja. Das ist wahrscheinlich, wir müssen aber hier lang. Okay. Ja gut, äh, mittlerweile merke ich, dass es doch schon ein bisschen mehr Wumms, äh, dahinter. Ich meine, die Kämpfe gegen die Gates werden schon weniger herausfordernd. Also, das ist, äh, da merkt man das so. Äh, äh. Granischen Krieger, da rücken wir aber immer noch zu nah an die Pelle. Nicht nur mir, gell, das auch. Ja, das war aber nicht das, was ich wollte. Das ist nämlich hier hinten. Nehmen. Hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Ja. Ja. Wir haben den Gehtransmitter beledigt. Okay, den Tunneln haben wir beendet. Ah, da ist die Wasserversorgung sichern. Äh. Das ist mit den Energiezellen. Ja, wie gesagt, ich gehe ja von unten nach oben, ähm, so wie wir sie sammeln. Das heißt, äh, wir sind hier auf Heros erstmal wieder fertig. Geist. War richtig. Wir sollten jetzt auf dem Rückweg keine. Äh, ich hasse mich. Ja, ist, ist gut, ist, ist, ihr habt'n Wumms. Ich hab's verstanden. Ihr könnt mir da noch, äh, ordentlich Leben wegnehmen. Na gut. Wo ist das letzte Ventil? Ah, ist ne gute Frage. Ich bin jetzt echt zu den Gang langgelaufen, damit ich das Wasserventil fest noch abschlieb. Jetzt darf mir das Spiel, Bruder. Hier wird ja auch nirgends. Ich hab's ver- Übersehen im Gang? Oder im Letzten? Das hab ich ja auch. Nein, das hab ich schon abgebildet. Das ist doch irgendwie hinter mir, oder so? Vielleicht am Anfang. Ah. Jetzt gibt's wieder, Warte. Das war die falsche Taste. Ich wollte weh drücken, nicht gut. Ja, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann müssen wir hier nicht mehr runter. Ja. Ja. Ich bin jetzt nicht in naher Zukunft. Bei den Energiezellen, da lassen wir noch Zeit. Okay. Sollen wir wahrscheinlich der hier rausfüllen, wenn wir da informieren müssen? Bin ich überhaupt noch richtig? Ja. Ich werde jetzt kurzzeitig ver- falsch langgelaufen. Das war jetzt natürlich der Super-GAU. Ist das auch die gleiche Taste mit den Energiezellen? Scheint ja fast so. Muss es ja dann auch sein, weil der Einzelte da hinten umschwirrt. Schweigen Sie, solange Sie nichts Wichtiges zu sagen haben. Ich versuche hier zu improvisieren, um die fehlenden Energiezellen zu ersetzen. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß, was zu schätzen. So. Ausrufezeichen? Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Nehmen Sie wohl, Commander. Okay. Gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Person, bei der ich es abgeben soll, kann ich es nicht abgeben, weil... Sie ist nicht mehr unter uns. Wir haben alles verloren und sie ist tot. Es heißt, sie hätten Akkuse überlebt. Gut, dass wir sie auf unserer Seite haben. Ja. Hier vielleicht. Ich bin frei. Endlich bin ich frei. Danke für alles, was Sie für uns getan haben. War kein Ding. Wüsste sich aber jemand zuhören, dass es die Wasserversteilung wieder abgeschickt hat? Wenigstens jemand. Eine Person. Bitte. Ich bleib jetzt dabei, also. Dass die eine mit den Energiezellen, was deren Quest ist. Und wir die erst abschließen können, wenn wir das auch mit den Energiezellen abgeschlossen haben. Wahrscheinlich ist es dann auch so, dass vielleicht, das kann ich mir auch vorstellen, diese Quest mit dem Wasserverteilung erst bekommen hätte, wenn man, äh, die Energiezellen abgeschlossen hat. Ich deswegen die Quest nicht abgeben kann. Weiß ich, hätte die Energiezellen, die Wasserverteilung auch gut ignorieren können. Manchmal bin ich zu nett. Sollte gemeiner sein. Würde mir manchmal helfen. Aber nur manchmal. Novelli hat es mir geholfen. In anderen wäre es ein bisschen überflüssig. Ich meine, die Könnalisten können doch nichts dafür, dass sie so böse waren. Und bin ich, ne, das, 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 das Rachni-Ding, das ist überhaupt nett. Da kann ich doch nicht böse sein. Ja, dekontaminier mich mal. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Exeg... Ja. Der Wettlauf gegen die Salzahn ist auf der Suche nach der Röhrer, einem uralten Relikt aus der Zeit der Ausschlüsse und der Proteaner. Wieso, die ihnen durch den Sender auf jeden Pläumen im Bewusstsein gebrannt wurden, lassen sie vermuten, dass die Röhrer eine Waffe ist, mit der die ganze Galaxie ausgelöscht werden könnte. Darum muss aufgehalten werden. Die Röhrer finden. Müssen die Welten Pheros, Noverion, das Atemus Tau-Cluster und Wirrmai erkunden, um Hinweise auf die Röhrer zu bekommen, worauf Saren sie findet. Okay. Das lässt mich jetzt eher darauf schließen, dass das... Das heißt, wir machen dann eher Wirrmai. Wir haben erfahren, dass ein salarianisches Aufklärungsteam auf Wirrmai Informationen über Saren haben könnte. Die Nachricht war nicht glänzlich verständlich und darauf glaubt, dass das Team in Gefahr ist. Das heißt, wir gehen nach Wirrmai. Officer Presley hat das Kommando. Wirrmai. Wirrmai. Wer nehme ich damit, äh, Ashley. Ach, schon, hab ich ja gesagt, Ashley. Ashley und Dali. Das ist, äh, das ist interessant. Lack von Farros auf zu Wirrmai. Da oben. Im Centri-Omega-Cluster. In Hock. Dann mal los. Lass uns nicht lange fackeln. Mach, äh, wird kurz keinen, äh, Ton haben. Bewusst, äh, ich mach kurz noch was. Nehmen wir. Hoffentlich nicht so viel Zeit beansprucht, dass, äh, äh, Leere ist. Äh, hä? Ja. So. Ah, verdammt. So. Davon, Minimata, Chlorophol, Fessila. Ich will schon eher auf dem Planeten Priscilla hin, aber Wirrmai. Das ist unser Ziel. Wirrmai ist eine fruchtbare Ganzwelt, ideal für die Besiedlung durch kohlenstoffbasierte Lebenswesen. Durch die vielen Ozeane und die Orbitalposition in den inneren Lebenszonen hat sich auf dem Planeten ein breiter Äquatorialgürtel und einer feuchtropischen Landschaft ausgebildet. Werder hat die politische Instabilität der nahegelegenen Terminussysteme die Kolonisierungsbemühungen aufgehalten. Die häufigen Überfälle durch Piraten und Sklavenjäger gefährden eine sichere Besiedlung. Blöd. Was im Volk fliegen wir jetzt mal dahin? Ashley und Dali reist auf Biotik. Ich hab'n Biotik. Jajajajaja. Jajajajaja. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarialische Sicht sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Alles. Jauvere Landung, Commander. Gut gemacht, Joker. Jajajajaja. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern vor Ort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Bereit. Ich bin hier. Gut, wo muss ich hin? Wie sieht's aus? Na, hier unten. Gut. Ja, ich merke schon. Ja, wir werden einige Freunde hier finden. Ich bin hier drin. 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 Ja, schmeiß mich deine Raketen. Ist in Ordnung? will ich an deiner Stille auch tun. Wie weit sind wir noch? Oh Gott. So viele Gegner, dass wir noch nicht mit großartig weit gekommen sind. Oh Gott ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Da richtig hinstellen So Großen Dinger sind weg Untersuchen wir das mal hier Ja, aber das in der nächsten Folge Ich bedanke mich fürs Busehen Sag tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen